Moin moin und willkommen zurück zu GeForce 2. So, im Moment sollte es da jetzt nicht ein Folge-Event geben. Sehr nüchtern. Wollen wir den Kartenwechsel machen? Ja, dann machen wir den. Okay. Gut, so. Oh, hier ist wieder Eis. Ja, oder hier ist schon ein Abbauknoten. Spirit, ja. Ja. Oh, prächtig. Gehen wir doch mal hier... ...hier hinten auch nochmal. So. Wienern. Wienern. Hier war auch häufig einer. Ah, da unten. Am Strand. Mal. Und im Wasser hier bei mir ist auch noch eins. Ah, und Fische fangen. Event. Oh. Giftig. Ah, das tut weh, ein bisschen. Das sind mal die Fische. Dann... ...hagen wir uns mal eine Harpunenschleuder. Ja. Wo bist du denn? Ich bin in Gift drinne. Ja, da gibt's nur so Ecken da unten. Da kann man dann sich wieder generieren und dann noch auf ein Tier aufsteigen. Ja, sieh gerade. Hab ich gerade gefunden. Dann kann man das wo abgeben? So, und wo ist Oggi jetzt da? Im Wasser. Also, in diesem Fluss. Da ist gerade ein... ...Fisch-Event. Also, Fische fangen. Wohin. Ah, so geht das eigentlich. Ähm. Ich hab das Gefühl, dass das... ...so nicht gedacht ist. Moment. Auf. Ziehen. Ah, und dann sehe ich das wo es landet. Okay. Und dann kann ich das zum Fischkorb bringen. Okay. verstehe. Ja, super. Hier sehe ich jetzt nicht, was meiner ist. Okay. Wenn dann so drei ähm... ...Felder sind, wo Landung angezeigt wird. Der kriegt Fliegenfischen aber gleich eine andere Bedeutung. Ey, wieso hast du meinen Fische klaut? Hahahaha. 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 Entschuldigung. Ja, das ist gut. Hahahaha. Los, mach nochmal. Hahahaha. Und was habe ich? Ja, ich... Ich fang... Hahahaha. Na, sehr schön. Alles gut. Das wäre gut. Also auch jetzt, voll, ne? Nein, boh. Ja. aber ich habe einen erfolg wobei er immer weiter das wasser ist noch mal die florid aber da habe ich gesehen ich suche ich muss schon achten korallen aber tausend im lager okay ich brauche das für die nachher sollte auf dieser insel bei dem fische fangen eben gerade gewesen eine hier auf dieser insel ist auch immer noch mal wieder ein krasse oder zwei ja genau jetzt auch dieses die sind mit dem roboter hier die 6 417 aber ich weiß nicht nur noch zwei arme habe ach so ja ich habe auch ein teil das soll ich ihm bringen aber der will das immer gar nicht haben wenn ich da hingehen ist aber egal dann eben nicht behalte ich eben die arme im inventar platz ja habe ich auch noch ein paar dringer von dem ich muss man auch noch mehr haben irgendwann komplett alles genau wollte ich gerade sagen da muss man ja alles abgeben gleichzeitig darf man hier eigentlich in die mitte sieht so und das ist das gift was ein wirklich wehtut da war sascha gerade okay gut dass das für uns testet ja ich habe damals immer wieder sammeln dann ist schon okay aber wie gesagt die tut auch weh so dann gehen wir doch mal kurz auf dem rochen und hier links an der seite genau zum anderen herzen zum kommandeur hier haben wir die sammeln oder mit hier gibt es auch diese aufträge da fehlt mir nämlich noch ein sennep der entweite so da wird mir jetzt aber auch angezeigt gut er ist am anderen ende war aber sicherlich noch dran vorbei jetzt mal hier in fest vor kam diesen entweiten den hatte ich für noch nicht kern einsetzen da hinten ist so ein inquestor portal ich glaube da sollten wir mal durch bei dem herzen sehr in der nähe ist dann wenn du reingehst da hat sich das hier das meter ja das wirklich schöne und das geht noch halbwegs hängt ein bisschen von der gruppe ab aber die schreien ja alle der oder ich ja ja Das war's für heute. Olli, bist du vom Stuhl gefallen? Ne, ne, nur anders hingesetzt. Eingeschlafen, sitzt noch drauf. Die haben meine Beine. Jetzt sitzt er auf dem Stuhl immer in komischen Schneider-Sitz-Position. Oh ja. Und da muss ich immer mal wechseln. Wenn ich das könnte, würde ich es auch tun. Da müsste ich auch wechseln, ja. Jetzt geht auch schon weg mit deiner CC-Bar. Das geht doch. Nein. Natürlich falle ich ins Wasser. Ich fisch mal gut nach Buckhills. 13 von 50 Wellen haben wir geschafft. Sehr schön. Ja, da es aber nur noch 3 Minuten sind. Wenn man davon ausgehen sollte, dass man die Pugt sich vielleicht sogar hinkriegen kann. Oh, die schreien immer so schmerzvoll, ey. Und sterben. Und sterben. Zumindest haben sie so schmerzvoll, ey. Ja. Oh, die schmerzvoll, ey. Ja, die sterben richtig. Ja, die sterben richtig. Manche Leute sagen mir nach, ich hätte eine sadistische Ader, aber nein. Das halte ich für ein Gerücht. Und wenn dann nur im Spiel. So, 18, gut die Hälfte, kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Bei 20, ja 20, ich bin da. Bei mir ist wieder ein Champion. Oh. Oh, es geht weiter. Glückreich, können wir durch. In die Testchamber. Ich hoffe, es gefällt euch. Ach, das war ja mit den Feinden hier, ne? Mhm. Wo am Ende dann alle auf einmal kommen. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und da, ich bin da, ich bin da. Und da, ich bin da. Ich bin da. Schwerолber. Nein. Ja. sophomore. Ob z. Oh, ich treff ihn gar nicht so richtig, irgendwie. Schnell wie der ist, ey. Mit nem Bogen geht das halt was besser. Au. Oh, hier ist Food. Hätte jemand Food hingestellt? Oh. Sehr cool. Au. Junge. Ach ja, der macht ja auch noch diese. Und Giftgemüse hier in die Ecke. Ach. Auf geht's. Und dann wieder immer mal Ein bisschen von den Dingern weg Ach so, nochmal vom Teller schnappeln hier in hier So, hier war das doch, dass beide Mehr oder weniger gleichzeitig sterben müssen Ich meine, dass man so Versuchen sollte, gleichzeitig runterzukriegen Was du noch alles weißt, ey Also Wissen ist übertrieben Nein Ich bin mit was zu entsinnen Eigentlich entsinne ich mich meist daran Dass Ole sich über was aufregt Und ich meine, dass Das wäre dann so gewesen Dass eine dann halt Zu schnell runter War das nicht meistens immer wegen CC Oder wegschießen? Ja, das ist der Standard Deswegen merkt man sich denn ja auch nur noch das, was Au 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 Waha Zu viel Rote Felder Waha 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 Ja, das sieht gut aus, doch. Also hier kommen sie eher gleichzeitig runter. Also meine, also wo ich bin, ist auf sieben Prozent. Vier, drei. Die erste ist, die zweite ist auch. Ja. Ach, das Körbenbalken, oh, der voll. Oh, nochmal schon probieren. Ich brauch echt mal doch einen zweiten Bildschirm. Boah. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, hier hinten über den Weg kommen wir wahrscheinlich raus. Oh, komm, wir hier denn. Genau, da kommen wir da auch wieder zum Herz, wo wir gestartet waren. Oh, hier soll ich es wieder zum Herz zählen. Oh. Was ist denn hier los? Oh, hier wo ich bin, stellt sie sich gegenseitig nieder. Ja, gut, das kommt auf. So ein Umkristall hast du alleine gegen die Dinger. Hauen ist auch blöd. So, dann gehe ich mal zu euch. Ne, warte, ich komme zu dir. Wo bist du denn? Ich bin wieso tot? Auf dem anderen Ende der Map. Da ist aber Lottie. Warte, bis ich stöbe. Hopp. Okay. So, diese Kristallkern, die kann ich doch. Oh. Okay. Oh. Oh. Outsch. Oh, diese Blitz-Türme sind echt nervig. Oh. wo ich den einsetzen kann ist ein ganz große herde ganz toll an der stelle aber vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschau tschau tschau